Eine mehr oder weniger ordentliche Signatur in der E-Mail und keine Gmail-Adresse. Dieser Betrüger hat sich wirklich Mühe gegeben. Kein plumpes Schick-mir-Geld, sondern ein achtseitiger Kreditvertrag sowie ein sechsseitiger Versicherungsvertrag zeigt ein wesentlich organisierteres Vorgehen, als die meisten Scammer dies tun. Warum er bei mir trotzdem keine Chance hat und was die echte Versicherung zu der Polizei sagt, zeige ich dir nach dem Intro. Tatsächlich war ich nach all meinen Erfahrungen mit diesen E-Mail-Kredit- und Spendenbetrügern überrascht, dass mal eine ordentliche E-Mail mit Signatur und ohne Gmail-Adresse auftaucht. Da wollte ich natürlich mehr wissen. Wir hatten standardgemäß hin und her geschrieben. Mein Anliegen, deren Angebot samt aller Bedingungen. Es wurde ein Kreditvertrag geschickt, den ich natürlich Schritt für Schritt überprüft habe. Und da tauchen dann immer wieder mehr oder weniger kleine Fehler auf. Meist in der Übersetzung einzelner Wörter, der Rechtschreibung oder die Vermischung von Deutsch und Englisch. Obwohl sich die National Business Capital laut selbst angegebener Adresse in den USA befindet, wird im Kreditvertrag mehr als einmal Bezug genommen auf die Gesetze des Bundesstaats Quebec. Also Kanada. Wieder einer der kleinen Fehler, die man erkennt, wenn man zu unterschreibende Verträge ordentlich liest. Auf jeden Fall relativ gut gemacht und ich kann mir vorstellen, dass jemand, der unter finanziellen Druck steht und tatsächlich dringend Geld braucht, hier übereilig in den Scam hineinstürzen kann. Wenn es auch noch jemand mit geistiger Beeinträchtigung oder mit Bildungsdefiziten erwischt, dann sind diese Dokumente schon gefährlich. Denn auch die Versicherungspolize für die Kreditabsicherung ist sehr aufwendig gestaltet. Und trotzdem ist es genau diese, welche die Bombe platzen lässt. Denn hier wird neben ein paar kleinen, vernachlässigbaren Fehlern der eine große gemacht. Warum sollte jemand die Prämie für eine kanadische Versicherungsanstalt an eine Person in Deutschland überweisen? Ja, nicht eine Niederlassung oder Agentur, sondern an eine Privatperson. Adrian hat mir natürlich erklärt, dass Ulrich Wiesböck der offizielle Vertreter der Versicherung und für die Einhebung der Prämie zuständig ist. Selbstverständlich ist das absoluter Unsinn, also habe ich gegoogelt und an die Investigations bei Potential geschrieben. Die haben sich in ihrer Antwort für meine E-Mail bedankt und selbstverständlich sofort erklärt, dass der Vertrag nicht von ihnen stammt und die ganze Geschichte mit diesem Herrn Ulrich alle Anzeichen von Betrug beinhaltet. Anscheinend haben die auch schon Erfahrung mit derartigen Geschichten, denn die lange Liste mit Links und Vorgehensweisen zeigt, dass dies ernst genommen wird. Allerdings wollen die eben nicht selbst etwas unternehmen, sondern würden das mir überlassen. Finde ich auch etwas seltsam, aber vielleicht lässt das amerikanische Recht keine Schritte zu, solange dem Unternehmen kein finanzieller Schaden entstanden ist. Vielleicht kennst du dich ja aus, dann würde ich mich über Aufklärung in den Kommentaren freuen. Und weil ich nun mal ein netter Mensch bin, habe ich sofort dem Finanzunternehmen meine Erkenntnisse über Herrn Wiesböck mitgeteilt. Sie seien anscheinend auch auf einen Betrüger reingefallen und sollten aufpassen bzw. den Jungen überprüfen. Ist das nicht richtig nett von mir? Adrian zeigte sich überrascht über diese Information und wollte die Quelle wissen, um dies mit seinem Kontakt bei der Versicherung besprechen zu können. Als ich ihm dann antwortete, war er auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Da war ich nicht überrascht, aber traurig. War eine für mich lustige Unterhaltung mit interessanten Dokumenten. Wir sehen also, entgegen der üblichen Performance dieser Scammer kann auch mal jemand dabei sein, der sich richtig Mühe gibt. Natürlich sollte diese Art von Mühe nicht belohnt werden. Pass also auf dich auf und ich sage Servus bis zum nächsten Video. Ich sage Servus bis zum nächsten Video.